Ja moin Leute, allkrass auf Talkkamp statt meiner Freunde mit einer weiteren Folge von Let's Play Uncharted 1. Wir sind das letzte Mal mit, äh, Dingens, Bumsens hier stehen geblieben und es geht weiter. Das Halle-Event ist das letzte Mal verreckt, angeblich. Und wir kümmern uns um diese kleinen Missgeboten, die meinen, sich mit uns anlegen zu müssen. Und, ach tu lieber Himmel, erstmal, oi, 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 oi. Erstmal ab in die Deckung, den Kollegen und den Kollegen erstmal in die Nevada schicken. Der lebt immer noch, jetzt nicht mehr, perfekt. Ach, alles cool. Okay, Munition hab ich genug, aber nicht mehr genug für die AK-47. Komm, du guck dich und, so, dich hol ich mir, dich hol ich mir. Komm her, perfekt. Sehr schön, genauso und nicht anders. Erstmal rüber mit dem Hasen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen werden. Ich würd mein Bestes geben. Du, lieber Himmel, und ich bin noch gespannt, wie lang die Folge heute sein wird. Oh Gott. Ui, 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 ui. Treff ich ihn? Ja, aber ich hab ihn getroffen. Na. Na komm, perfekt. Sehr schön. Hier rüber. Wir haben alle diese Pistolen, Digga. Keiner mit einer vernünftigen AK. Komm, gerecken, Bruder. Dankeschön, mach nicht diesen. So, gehst du weg. Perfissimo. Correcto. Und ab nach oben. Sehr schön. Zack. Okay, Hammer. So, meine Damen. Alka ist am Start. Ich habe eure Schwänze zu brechen wollen. Penis, Schwanz, Kurats, Jarak, was weiß ich. Guten Tag. Hallöchen. Buongiorno. Du lieber Himmel. Du lieber. Nein. Nein. Erstmal weg, erstmal weg, erstmal weg. Slati, geh da weg, Alter. Wie heißt du nochmal? Elena? Komplett vergessen, Alter. Voila, Bruder. Wo sind die Kanacken? Da, mein Kollegen. Du bist in Ordnung. Du Mistgestalt. Geh sterben. Stirb. Stirb. Perfekt. Stabil. Stabil, stabil, stabil. Jo, jo. Alles kapisch. Alles komprende. Alles in Ordnung. Haben wir hier sonst noch was? Nö, sieht nicht so aus. Okay, korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt. Läuft. Ach, unser Auto. Mit dem wir gekommen sind. Belastender Content. Penis. Sind Sie überall so beliebt? Ja, irgendwie scheine ich den Abschaum anzuziehen. Jo, das stimmt. Tut mir leid. Kein Problem. Ist Ihr Gedächtnis gut? Ja, wieso? UK2642. Haben Sie das? Ja, was ist das? Koordinaten der Kriegsmarine. Ich glaube, es ist das Versteck von Eldorado. Eldorado? Das Problem ist, die Mörder von Sully wissen das auch. Mist. Wenn Sie den Schatz gefunden haben, brachten Sie ihn sicher auf diese Insel. Und Drake folgte Ihnen. Und worauf warten wir dann? Ich krieg die Story und Sie kriegen, was auch immer Sie eben suchen. Ja. Na los. Hey, das ist hier kein Ponyhof, klar. Ich kann schon auf mich aufpassen. Außerdem schulden Sie mir was. Ich schätze, das tue ich. Auf in den Flieger. Junge, die Alte kann mit der Cam echt nerven. Wisst ihr das? Und hoffen, dass Penis. Warten uns die Ruinen einer alten Kolonie und spanisches Gold? Oder warten auf dieser Insel dunklere Geheimnisse auf uns? Weil sowas schaltet keiner mehr weg. Was zum Traum war das? Flugabwehrfeuer? Das ist nicht witzig! Wir brennen! Weg mit der Scheißkamera! Wir müssen springen! Springen? Gibt es hier überhaupt Fallschirme? Man könnte ja mal nachsehen! Kritische Hase! Ich funktioniere sie noch. Das werden wir gleich wissen. Hast du das schon mal gemacht? Na klar! Du springst, zählst bis 5 und ziehst die Leine. Jetzt los! Kommst du auf? Bin zu beschäftigt! Mach schon! Ach du lieber Himmel! Ich komm gleich nach! Ja, okay. Spring doch, Mensch! Jetzt ziehen! Perfekt! Das mach ich hier! Aua! Oh shit! Man springst raus! 10 bis 5! Nutze die Leine! Wenn du nicht so schwer sei! Hohohohoho! Verdammt! 1, 2, 3! Zieh die Scheiße! Ach du lieber Himmel! Oh no! Mist! 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 Auts! Hehehe! Ja, bittere Hase auf jeden Fall! Aber wir haben es überlebt! Stabile Statue auf jeden Fall! Kann man machen! Hast du dir den Arsch gebrochen? Und nur zur Info, wenn meine Oma kommt, dann gibt's... Ach du Scheiße, was ist das für ein Pixelfehler! Lieber Himmel! Ich hoffe, das ist ein Ladewack! Weil sonst sieht das nicht wirklich schön aus! Ah, okay, Gott! Nee, ist nicht tot! Jedenfalls kommt vielleicht bald mein Essen! Wir haben jetzt, keine Ahnung, 18 Uhr! Ich hab noch nichts richtig gegessen! Ich brauch mein Fresschen! Und dann... Jo! Penis! Mach auf den guten Hasen! Einen schönen guten Tag! Hallöle! Bonjour! Sooo... Sieht... Okay, ich seh schon den Weg! Erstmal hier hoch, dann hier rüber! Da gibt's ein Voila! Da gibt's ein Zickzack! Da gibt's ein Pipi-Bups! Aber ich muss sagen, die Grafik ist für... Vor allem für damalige Verhältnisse! Wir reden ja von 2007! Sehr, sehr gut! Das war eins der Vorzeigespiele für die PS3! Jo! Und in meinen Augen eins der besten Spiele! Okay, korrekt! Sieht auf jeden Fall alles stabil aus! Dann gehen wir mal hier hoch! Dann hier! Dann Wallazzi! Und Crevazzi! Chobacar! Geschafft! Na komm, geh hoch! Dann überm Baum! Uiuiui! Ich muss den Controller drehen! Ach du lieber hier! Oh no! Ja gut, wir müssen... Wir müssen eh so oder so schießen, von daher... Alter, ein Kopfschuss, der ist weg! Nein, 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 nein! Okay, stabil! Ja, das mit Motion Control wird ein bisschen schwierig! Glaub ich zumindest! Aber das sollte funktionieren! Ja, ja, ja! Nein! Ich scheiße auf die Kombis! Eine schöne AK wäre ganz nett! Oh, cool, Granaten! Alter, geht immer! Ich glaube, die aktiviere ich mit L2! Nee, doch nicht! Uh! Komm! Explodier! Jawoll, jo! Gestorben! Na komm! Zeig dein Käppchen! Oh mein Gott, war das verhebend! Oh, lieber Himmel! Komm! Geh recken! Geh doch recken, Bruder! Meine Hey! Zwei April... Ey, das gibt's doch nicht, Alter! Voila! Aiming wie so ein Kartoffelsack... Äh, das ist doch schlimmer als in C.O.D. So, aber wir haben's geschafft! Wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch! Geh hoch! Doch noch, perfekt! Hui! Ich hab Einsen! Ajo! Autsch! Wups! 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 Oh, shit! Ich geh ein wieder, ich schleich mich ran! Gut, das wird wohl nix! Autsch! Komm! Nein, 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 warte kurz, warte kurz, warte kurz! Wir gehen hier rüber, neben uns in der Acker! Ui, 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 ui! Autsch, das hat mir getan, aber alles gut! Mir geht's gut! Ey, diese Huren-Söhne, die werfen mit ihren Granaten, Alter! Walla, das fuckt ab! Ich weiß noch nicht mal, wo die sind! Ach, da hinten! Komm, dich droppe ich! Dann den Kollegen da hinten! Ich kann mich noch erinnern, dass ich hier relativ oft gestorben bin! Oh, Gott! Ich hab nur das Gefühl, die pushen ganz gern! Und dann, wenn du alle fertig hast, meinst du, das ist fertig, aber da kommt noch ne Partie! Ich hör dich schon, ich hör dich schon! Allgibamode, so viel Jakar! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Och, du Huren-Sohn, Digga! Mann, das meine ich, Digga! Dieser Nutten-Bastard, der ist da oben, Digga, am Schimmeln! Das meine ich, das meine ich, das meine ich! Die Miss- Diese Stelle ist verdammt schwer! Alles klar, Bruder! Wahrscheinlich, oder? Was, bist du aus Pappe, oder was? Das meine ich, Alter! So, da oben war so ein Nigi, ey! Das, naja! Komm, schnell durch Lauf! Der Nigi oben, der hat abgefuckt! Gute Frage! Oh Gott! Geh doch da, Junge! Aehm doch richtig! So schön! Komm! Rack! Bringt ihn um! Bringt ihn um, sagt er! Uh, ein Sohn! Geh down! Äh! Du sollst! Hallo! Junge, die Steuerung! Und, ching, 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 chung! Und, ching, ching, chung! Geh recken, Alter! Schon wieder Munitionsmangel, verdammte Scheiße! Geh recken, Junge! Zigan, Alter! So, jetzt wieder weg, wieder weg, wieder weg, wieder weg, wieder weg, wieder weg! Tschüss! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Uh, uh! Die kommen rein wie die Kanacken, Alter! Nein, nein, nein! Lass mich bloß in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Kritische Hase! Junge, wenn ich jetzt fast gestorben wäre, war leicht ausgelastet! Sehr gut, also! Nein! Verpiss dich, verpiss dich! Wir haben es geschafft! Glaube ich! Ich brauche jetzt mal Munition von diesen ganzen Wichsern! Weil sonst ist es kritischer Hase, Digga! Wenn du jetzt hier ohne Munition langläufst... Könnte das bitter für dich enden! Alles klar, was ne Melodie, Bruder! Als wenn wir ein Gehlo aus Afrika wären! Na gut, ähm... Jo! Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen! Wir müssen glädern! Glädern, glädern, glädern! Aber ganz viel glädern! Komm, gehst du nach oben! Zack! 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 Penis! Geschafft! Sehr schön! Ähm, Munition ist voll! Ist hier wirklich voll, tatsächlich! Warum kann ich nur 40 tragen? Sehr schön! Äh... Granaten! Perfekt! Nehme ich immer mit! Nehme ich immer gerne mit! Kann man da hoch? Ne, sieht nichts aus! Kann ich hier hoch? Perfekt! Ja, kann ich rein! Oi, oi, oi! Zack! Komm, stirb! Der drüben ist her! Oh, geht der schon down? Oh Gott! Geh down! Kopfschuss! Nice! Öh! Mach nicht diesen! Mach nicht diesen! Gerecken! Kopfschuss! Ich hab ihn! Wo ist der andere, kann er gedauern? Komm, stirb! Sehr schön! Perfekt! Äh... Du, 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 nimmst die Munition mit! Okay, wo haben die die AKs? AKs! AKs! Okay, die haben alle keinen AKs mehr! Ich hab ihn! So schön! 50 Eliminierungen! Eine andere Waffe hab ich ja nicht! Oh! Geh, recken, Junge! Äh, er wirft ne Granate! Was, ein Zigeuner! Richtiger Zigeuner, Alter! Geh doch, Bruder, geh doch bitte einfach recken! Was ist daran so schwer? Was ist daran so verkehrt? Oh, er koppelt Shotgun! Ganz harter Typ! Brick! Sehr schön! So, nehmen wir die Shotgun mit! Oh! Ich muss mein AK dafür hergeben! Nein, will ich nicht! Will ich nicht! Aber ich hätte auch gerne Munition für die AK, weil ohne ist Scheiße! Digga, hast du so viele Munitionsprobleme, ne? Das gibt's ja gar nicht! Okay, gut! Kommen wir erstmal nach oben hier rüber! Dann! Nein, nein, nein! Warte, was ist das? Ah! Zappi die Bap! Komme ich nicht von da? Ach so, von hier komme ich! Schamme, Digga! Brot! Ich bin ein Brot! Ich bin ein fettes Stück Gebrote! Fettes Stück Gebrote! Ich glaube, das ist doch ein Gang, oder? Kann das sein? Nö! Hallöle! Immer diese Rätsel! Kann ich hier hoch? Nö! Ah, ich glaube, ich weiß wo! Ups! Geht nicht! Stabil! Stabil! Aha! Uiuiui! Weg gefunden! Noch nicht runterfallen! Perfekt! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Sehr schön! Somos da te ische kre bei 10 likes! Hallutschen! Uups! Du musst dich nicht anschleichen bei sowas! Oh Gott! Ich will es aber nicht bereuen! Juiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui schrien hat alter du zigeuner sehr schön okay warum eben dahinten ist da was alle da hinten keine ahnung erdnüsse gesehen was hat er was für was so machen schicke schmieke munition ist damit gott gott habe ich nicht da geradeaus weil das wert sonst kritisch geändert zack dann zack schwuppe die schwuppe die boobs jetzt schwupps gehst du hoch schwupps und du lieber du lieber jahrag du liebes jahrag sterb mir halt nicht stabil 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 geschafft dann würde ich sagen hier rüber dann hier springen oh gott ich habe so spät gemerkt ich zwiebel egal zack 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 ich habe mich in der nase gekürzt oh eine nase nix kaputt gehen biete dankeschön komm wir schauen oben krebeizinn likes nein 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 wo müsste ich da land springen scheiße Oh, ich bin so... Hä? Laber doch, Kai. Wahrscheinlich. Digga. Ey, wenn er jetzt wieder runtergefallen wäre, dann, Digga... Dann wäre Jarak-Zeit. Man hört auf, auf mich zu ballern. Ich sklettere. Da, Junge. Du Zygana-Mannanzug-Jug. Geh hoch, geh hoch. Du, 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 du. Kritische Hase. Kritischer Hase. Kritische. Kritische. Komm, geh auch. Sehr schön. Nein, nein, nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Hoffentlich kommt jetzt keiner, sonst bin ich gefickt. Okay, gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank dir, das war ganz, ganz kritisch, aber ganz hardcore kritisch. Was ist runtergefallen, hast du unten zufällig Munition für mich, Kollege? Warte, nicht, fick dich. Egal. Komm, aber noch, beweg dich, beweg dich, genau, springen wie ein Bunny-Hoppy. Munition, geht aufs Haus. Stabil. Ups. Geh hoch. Nein, 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 nein. Nicht schon da wollen. Sehr schön, gehst du hoch. Ups. Aha, ich sehe hier Flugzeug. Rest vom Flugzeug. Ich meine, ich habe was draußen gehört. Hoffentlich nicht. Oh Jesus, was machen die Zigeuner? Oh, ich wollte gerade mich so anschleichen. Ich glaube, irgendwie werfe ich die Geraden falsch. Könnte das sein? Huuu. Du Hurensohn. Du kleiner Hurensohn. Er hat mich richtig outplayed, Alter. Warte jetzt. Ach so. Ja, ich wusste nicht, ich werfe die Scheiße falsch. Ja, habe ich dich gefickt, du. Huuu. Werfe nichts, werfe nichts. Kleiner Zigeuner, Alter. Oh Gott, oh Gott, nein. Er lebt immer noch. Geh, 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 geh. Ui, 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 ui. Nein. Digga, den Atten ist so Scheiße, Digga. Hör auf. Mein Gott, dieser kleine Nigg, Alter, aufzuhaben, du schnissene Hurensohn. Ey, das gibt's doch nicht wahr, ich bin wie zwei Kugeln tot. Ne, komm, jetzt mach ich ernst, Alter. Jetzt ist vorbei, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Ich push jetzt instant, Digga. Ja, Digga, ey, du geiler Wichser. Ich rach gleich aus, das ist schurvoll, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ihr kleinen Hundesöhne, Digga. Das Ding ist, guck dir das an, ich kann noch nichts machen. Was ist da für ein Schwierig? Ich hab grad die Spiele auf normal, nicht auf ultra schwer. Digga, die, Alter, die Stelle, ne, die. Ja, der eine reckt schon wieder nicht. Junge, guck dir das an, ich lusche da nur ganz kurz. Und da wirft schon einer wieder Granaten. Die hab ich jetzt Gott sei Dank nicht getroffen. Aber dann fangen die Munitionsprobleme an. Gut, ich hab schon nichts mehr, Digga. Gerecken. Sehr schön. Du kleiner Zigeuner, Alter. Walla, mesais. Die Bits, wo die die Munition, ich schurvolle es. Sie vor jedem ist die Muni ab. Ey, der auf mich ballert, ne. Gut, wie der pusht. Alter, wie der pusht. Wie er pusht. Wie er pusht. Wie er pusht. Wie er pusht. Digga, wie ist er nicht bei Call of Duty. Mein Gott, der geht schlimmer rein als Wiska Barster, wenn er 2000 Hobbies in der Luft hat. Wie er rein pusht, Digga. Richtiger Hunde. Ich hasse solche Leute, Mann. Deine Mutter ist tot, nachdem ich sie gefickt hab, du Nigga. Ich bin die Einzige. Nach dem Kapitel mach ich Schluss für heute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Die hätte ich mich jetzt geholt. Ne, ich schufe auf alles jetzt. Die plays ist ausgemacht, die Aufnahmen ist ausgemacht. Die Zigeuner schlucken noch einiges, Digga Guck, ich hab hier keine Munition mehr Ja, bringt nichts Lass die Granaten stecken, du Nutten Bastard, Alter Sonst drück ich richtig durch Ich kann nichts machen, Digga Geh in die Dekko, geh in die Dekko Nein, nein, nein Scheiße, Digga Ey, das ist nicht mehr witzig Ich geh wieder zurück, ich geh wieder ganz zurück Oh mein Gott, Digga Ey, da mit der Shotgun, ey Ich hab noch nie so eine Art Pushing gesehen Nicht mal Public, Alter Ich bin jetzt schon geschwitzt und zocken so Geschafft? Bitte sag ich mich, ich hab's geschafft Bitte Ich hab keine Lust mehr, Digga Ich hab echt keinen Bock mehr Oh mein Gott, ey, das ist Ui, die Rage-Folge Schauf alles Das wird ne Rage-Folge, Junge, aber ganz große Das Ding ist, ne, ich hab Hunger Und meine Wichs-Oma, die lässt mich warten Und wenn ich Hunger hab, ich bin richtig sauer Und leicht reizbar Deshalb, Digga, wenn du ohne Witz Wenn man mit mir leben will, Digga Sorgt dafür, dass ich keinen Hunger hab, Digga Sonst bin ich richtig, richtig schnell gereizt Aber ich hab keinen Bock, Chips und so weiter zu essen Ich warte halt die ganze Zeit auf mein Essen, Digga Ich ruf gleich meine Oma an Und schrei die gleich richtig an, Digga Ich will endlich mein Essen haben Walla, Digga Wenn ich hungrig bin, ich schon auf alles, Digga Du willst mich nicht in deiner Nähe haben Da bin ich richtig schnell aggressiv Das sind so Momente, da könnte ich wirklich handgreiflich werden Also wirklich, pass auf, Digga Da müsst ihr aufpassen Wenn ich Hunger hab Komm, mach ihn hier, Digga Ich will auf, wenn ich vorfahre, dass ich keinen Bock mehr Ja, komm Sehr gut, Freunde Ich speichere jetzt mal ab Das, was jetzt auch für die Folge gewesen seid Ich hab keine Lust mehr Das war zu viel, das gut Na gut, Freunde Die Folge gilt jetzt auch 34 Minuten Das ist so Standard Ich mein, glaub ich, länger würdet ihr euch das Ganze Auch nicht wirklich geben Aus den Grund hören wir jetzt einfach mal auf Und dafür mach ich die Folge Das nächste Mal die Folge vielleicht 45 bis 60 Minuten mal gucken Aber heute verweilen wir mal auf um die 35 Minuten Ja, danke fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde Bis dahin, haut rein Ist auch noch ein Wort Peace Dos setz Bis dann Und Vielen Dank.